Hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2 mit dem UNESCO Modus Erstmal QGeste machen Xing-Shing-Shing-Shing Äh hoch? Ich bin sehr gut Ok, hab ich wohl verloren Ey, was muss man hier denn machen? Das ist jetzt gut geschranguliert Das passiert bei mir Ah! Ach, da geht's runter und der mit dem anderen geht's hoch. Okay, warte, ich geh da erstmal hin. Ach, dann kann ich dir vielleicht den Weg ebnen. Ja, warte. Jetzt muss ich runter... Nee, nein, ich muss weitergehen noch eins. Jetzt musst du das nächste runter machen. Genau. Oh, das ist voll toll, dass man da einfach gucken kann. Kann ich dir jetzt hier auch ein Portal machen? Oder brauch ich das überhaupt? Ich mach einfach mal eins, weil YOLO. Wolltest du da durchschießen? Äh, jetzt muss ich runter. Kann ich runter? Nee. Nicht? Kann ich höchstens ein... Kann ich höchstens ein... Ja, geh doch noch einfach mal zwei runter. Nee, zwei runter. Ja, dann kann man das nicht mehrmals betätigen? Nee, ich bin... Ich geh da oben runter. Oh. Hä, und wenn du aufs andere gehst vielleicht? Ja, aufs andere willst du sterben, weil ich dann nicht mehr nach oben drück. So, siehst du. Okay. Ah, I see. Oh, Moment, warte, warte kurz. Ja, doch, geht ich hier jetzt mal nach links. Nee, oder? Doch, nach rechts, ob wir ausgesehen. Hier. Da lang, genau. Nein, nein, dann bleib auf dem... Ah, ja, und dann kannst du mich zwei runter machen. Nee. Oder? Nee. Nee, doch nicht. Wo geht's? Äh, wo muss ich denn lang? Also hier unten? Ah, hier ist ein Prisma-Teil übrigens. Ja, ja, das müssen wir holen. Dafür sind wir hier. Ah, hier, ich seh's, ich seh's. Ähm, ich muss erst zu dem Weißen, genau. Und jetzt, hoch, und jetzt gehst du los. Ich hab losgelassen. Oh, äh, dann geh auf das, was sie's hoch macht. Ach so. Ach so, ja, schon. Und dann geh ich da runter. Ja. Ja, nee. Huch. Ah! Oha, ich hab grad so ein bisschen die Orientierung verloren. Jetzt muss ich da lang. Genau, und dann geh ich hoch noch. Oder dann, hä? Nee. Oder dann hier runter muss, das runter muss. Ja. Oh Gott. Jetzt hoch. Jetzt wollte ich mir die Shit. Huch, ab. Dann geh ich wieder da lang. Und dann gehst du da runter. Äh, der findet die Orientierung verloren. Und jetzt sind wir nach unten. Und jetzt jeder nach unten. Das hier runter. Ah! Das wär jetzt knapp. Das sind dann passiert jetzt total. Nee, hält das doch? Äh, so. Oder spring nicht. Oder spring einfach, oder? Weiß ich grad gar nicht. Kann ich das? Dass ich da einfach hoch springe und dann... Ja, ich kann's doch nicht. Ja, ich, ich versuch's zu nehmen. Ah, ey. Take it! Take it! Take it! Ich kenn's dich nicht! Ich kenn's dich nicht! Warte, warte, warte. Ich mach's tiefer, das Ding. Ähm. Hallo, fallen lassen. Wie mach ich das? Mit E. Wieder. Ich hab E gedrückt, der macht nix. Ah, jetzt. Ich mach das einfach tiefer. So. Ich kann's nicht nehmen. Weil du's hast. Ah, dann muss ich's halt drin loslassen. Äh. Hops. So. Okay, was machen wir jetzt damit? Äh, jetzt war noch nichts. Keine Ahnung. Ich, äh... Da gibt's auch hier bei dieser. Wo musst du hin? Ich komm da halt nicht rüber, ne? Das heißt, du musst... Ist da unten irgendwo ne weiße Wand? Eigentlich ist ne weiße Wand, da. Ja, dann mach die mal... Ne, 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 ähm... Schick mir einfach das eins runter, weil da drüben ist ne weiße Wand. Und dann kann ich da hin. Ja, schick mir... Also das hier, die Wand, wo ich wieder drin bin. Mach das... Nein. Auf den Knopf, auf den roten. Wieso? Auf welchen? Hierher, hierher! Item, Item! Was ist hier? Mach den da! Ja, klick. Genau. Und dann kann ich da einfach durch. Äh, und zwar mit... Der da, glaub ich? Ja. So. Ein. Drei. So, jetzt mach ich einfach so. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mal, wo ich das hinmuss. Wo ist das denn? Da hoch. Das heißt, ich muss so machen... Ah, ne, warte, so. Easy. Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Ach so, tust du doch gar nicht. Nein. Oh, gut, wir miteinander sprechen. Hierher! Item, Item! Ich hab's gegen das. Yeah, jetzt haben wir aufeinander gebraut. Trä, trä, trä. Es ist echt immer noch ein bisschen arg laut. Also, bei mir geht's. I don't like it. Die Body und Atlas. Oh, ich heiße Atlas. Das ist ja ein toller Name, Mensch. Ich bin der Penis. Mann, ich bin Sky Atlas. Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb. Wir sind ja fast fertig. Aber wenn es das wäre, dann würde Blue gewinnen. Nein, wir wollen. So, ich stelle mir dann auch einfach. Audio. Also, die Dogekirke nochmal ungefähr die Hälfte runter. Buch, oh. Erstmal zerstören und nochmal zerstören. Nee, also ist verhindern. Aber so. Jetzt sind wir noch mal wieder. Das macht das hoch. Und das macht das runter. Au! Das macht das hoch. Oh nein, kann ich hier irgendwie rüber? Nee. Geh da mal rüber. Also geht er jetzt durch bei diesem Zerschmeißen-Zeug. Genau. Also warte, ich mache es hoch. Und jetzt mach es hoch. Und jetzt mache ich das da runter. Jetzt kriegen wir das. Ja, dass du auf das andere drüber kannst. Jetzt machst du da ein Portal und da ein Portal. Ja. Huch, okay. Mach schnell, schnell, wieder hin. Ah! Ich sterbe! Das Struggle. Okay, und dann muss ich einfach schnell das andere nehmen. Ja, aber pass auf, dass du mich da hinbringst. Never. Nee, ach nee, du kannst so hochfahren, okay. Okay, jetzt musst du da rüber. Do it! Ich bin fast wieder getroffen, ey. So, jetzt muss ich... Wo muss ich hin? Ah, jetzt kann ich hier ein Portal hin machen. Aber wo kann ich bei dir jetzt ein Portal? Da drüben. Einfach da, wo es im Moment schon ist. Ach so, da. Das stimmt ja. Dann kannst du es... Doch, du kannst es da drüben stehen lassen. Mach das mal da drüben hin. Da. Ah, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Und dann mache ich es da drauf. Und dann kannst du auch das Zeil hochfahren. Dann kannst du einfach durchgehen. Easy gedrackt, würde ich mal sagen. Ja, 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 hallo. Ich bin da. Erstmal eine Geste. Hi. Orange. Die Wissenschaft liegt dir. Hä? Wo bist du? Ich mache nur eine Geste, Mensch. Die Wissenschaft liegt dir, hat sie gerade gesagt. Und was habe ich dann? Wow. Super. Hallo. Just move. Weil wir wie jedes Mal wieder auseinandergenommen werden, nur um dann wieder zusammengebaut zu werden. Ist doch voll los. Ich habe eine schöne Aussicht. Wahrscheinlich, damit wir einfacher transportiert werden können. Ja, stimmt. Klingt trotzdem unlogisch. Atlas, also ein Ukuleinput, okay. Ey, du siehst auch immer nur Atlas. Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Okay. Der nächste Test ist so gänzlich anders. Ich kann, ich meine, ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Ah, dann kann man so kippen. Hm. Hier kann man auch noch was hin machen. Cool. Ja, dann haben wir ja schon mal beide Portale. Oh, ich bräuchte jetzt Dings. Da unten ist bestimmt irgendwas. Warte, geh mal da. Da ist was. Ja. Da kann man glaube ich, daher kann man die Portale nutzen. Hallo? Wieso kann ich da nicht durch? Ja, toll. Ich kann mein Treck auf Tast. Ich kann auch bei mir jetzt durch. Hey. Insert this if. Äh, ich habe keine. Sorry. Ich kann die Spiele nicht installieren. Oh nein. Hä? Kann man da drücken rein? Kann man hier irgendwas machen? Ist hier irgendwas? Ah, hier ist ein, ah, für Countdown. Was? Guck mal, hier ist ein Schalter für Countdown. Huch. Nein, Countdown ist so. Achso, achso. Achso. Achso, das ist doch alles gemeint. Ich bin nämlich schon so. Ähm, aber das heißt, wir müssen irgendwas auf Zeit machen. Aber was? Ah, ich kann hier durch. Hä? Hä? Aber warum ist hier auch so eine Wand? Was kann man hier draußen machen? Hier ist dunkel ich, Fenix. Ich glaube, da kommt man auch fast... Ah, Moment. Oh, nee. Nee, geht nicht. Insert this. Wirst du hier eine Disc? Oh, hier ist auch einer. Oh, wir sollen hier einfach... Guck mal. Geh mal auf die andere Seite. Achso. Okay, aber gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Okay, wir machen dann schnell wachen an den Ding rein, ja. Eins, zwei, drei. Oh, nee, das ist alles kaputt. Wie du einfach die meine Fajene nimmst. Hier ist die Disc. Ah, uh, yeah. Äh, hier, da. Yay. Yay. Wooo, wir haben die Disc geinsertet. Klingt nett. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das für einen Maler. Was war das? Oha. Übel. Also, ich bin ja nicht für Gewalt im Haus und das war echt scheiße von der Frau. War das jetzt Klaas oder hä? Ja, die hat uns umgebracht. Die meinte doch so, ja, da hat man so gesehen, wie die Targets auf uns zugeflogen sind. Okay. Okay. Was ist das nicht bei, hä? Yay. Zieh mal schau. Yay. Glücklich. Was, wenn das so bleibt? Die Montageeinheit muss ein Problem haben. Schau schon. Machen wir einige Tests und schauen mal. Yay. Äh, was kommt so mit dem? Herr, drücken oder was? Oh, ja. Oh, man kann zoomen. Toll. Aber auf der falschen Taste, das muss ich erst mal umlegen. Du hast was. Äh. Kann man das nicht machen? Oh, schade. Was ist denn Geschwindigkeit? Begeben sie sich in die Demontagekammer. Oh. Hui. Klingt gut. Was ist, wenn ich die falsche gehe? Nee, passiert nichts. Okay. Das ist auch meine. Doch die coole. Ach, boah. Ich dance hier immer so halb ab. Also nicht halb. Geile Techno-Mucke. Ja, ist halt echt so. Ich muss mal kurz was trinken. Denn mein Hals ist ausgetrocknet. Ja, ist echt so. Ihr vor... Joe, ihr Frontionsfahrt. Diese Strecke diente der Stärkung des Selbstverkaufs an Menschen. Sie muss nicht weiter tun als fünf Minuten durch die Gegend. Nee, wir sind doch jetzt bei der... Zwei. Ja. Jetzt haben wir acht Level. Du hast stirbt. Yay. Schon ein bisschen. Ich habe mich auch... Was ist eigentlich, wenn es den Verspurt gut ist? Ah, ich weiß, was ich machen muss. Oh, oh, oh. Hä? Oh, nein. Ja, genau. Einer muss... Ah, ja, genau. Einer muss so. Und dann mache ich... Nee. Hä? Nee. Komisch. Ah, Moment. Ah, ich weiß, was man machen muss. Genau. Ich muss... Nein, nein. Mach das doch wieder dahin. So, das ist doch voll. Dann spring ich da rein. Ja, was mache ich dann? Hui! Wie mache ich das dann? Ja, ich mache dir das auch. Ach so. Ja, ich mache das so. Ah, so. Und dann so. Komm zu mir. Ich habe Cookies. Yes. Yes. Yay, die ist hoch. Das ist cool. Ich liebe diese Rumspringdinger. Ja, ich finde das auch mega geil. Da kann man einfach durch. Guck mal, jetzt spring ich auch wieder durch. Und gegen die Wand. Oh, das ist Mist. Ah! Wo bin ich? Da drüben musst du hin. Was? Wo? Da drüben. Da. 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 Oh. Wieso muss ich da hin? Äh, nein, du musst da hinschießen, meine ich nicht. Du musst nicht da hin. Und dann mach das da unten weg. Also mach da eins da hin, genau. Okay. YOLO. Ah, ja. Hast richtig geraten. Huch, Herr, was ist das? Äh, ja, du musst das andere aufmachen. Das ist da oben. Das heißt... So. Ich bin jetzt hier, aber... Ah, da oben muss was hin. Ähm, ja, ich lass mal uns mal offen. Oh, nee, warte. Das bringt ja gar nichts. Ah, warte, ich weiß was. Ähm, ja, okay, oder so. Ich weiß nicht, kannst du da oben hinschießen? Wo? Da, da, das... Mach mal hin. Da. Da. Nee, aber ich kann... Ähm, da... Kannst du da nicht hinschießen? Schieß du doch einfach hin. Nee, ich kann da nicht hinschießen. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen meins danach machen. Ah, okay, ja. Ja, dann... Mach jetzt... Mach doch... Mach doch... Okay. Thank you. Hui. Und jetzt mache ich das einfach so. Ich gehe... Warte, hast du das Rote hier gemacht? Ja. Das hättest du davor machen müssen. Nein, 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 nein. Du musst das Rote davor, äh, hierhin machen. Ach so. Dass ich das danach noch benutzen kann. Also, geh nochmal runter. Ah, super. Jetzt muss ich ja von vorne anfangen. Also, mach dann Rote da hin. Genau. Okay, dann mach... Dann mach ich meine beiden hier hin. Genau, dann muss ich da rein. Dann mach ich mein zweites... Dann muss ich da oben. Da hin. Dann spring ich hier durch. Dann mach ich mein zweites wieder da hin. Geh da rein. Und dann ersetzt du das durch das... Oh, äh, gelbe. Genau. Genau. Oh, easy, ey. Easy get wrecked. Yay, ein Ball. Geil. Ball. 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 Hier. Hierher. Hierher, Item. Hierher. Hierher. Da, da, guck doch. Item. Item. Hierher. Aber jetzt kann ich auch endlich mal hierher und Item machen. Dafür zu logen, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Doch, das war voll die Errungenschaft. Also, das Einzige, was da in dem Korb nicht so gut ist, sind die Ladezetten, aber alles andere ist geil. Geil. Jo. 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 Ja, Skaga, Schlee. 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 Peabody. Guck mal. Das ist halt schon schön. Aber wir haben auch echt immer in derselben Videos. Jetzt habe ich bei mir den Peabody. Ja, den habe ich auch. Wir haben, glaube ich, immer dasselbe Video. Erschossen, erschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so schlagen können. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen, mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Hä? Oh, okay, da drin macht man seine Sachen kaputt. Gut zu wissen. Ah! Oh, GG. Super. War das nötig? Ja. War das nötig? Hä? Warte, was kann man hier überhaupt machen? Was geht dazu? Ach, das geht dazu. Da muss man sich dann rüberschmeißen. Ich kann mal schnell nicht drüberschmeißen. Aber wie kann ich so schnell fallen? Ja, genau. Ich weiß wie. Du machst oben das Gelbe hin. Nein, nein. Oder so. Warte, so. Geh nochmal da rein. Ah, ja, genau. Und weil dann geht's ja nicht kaputt. Also, fall erst mal ne Weile. Bist du bereit? Fluchgeste. Hey! Okay. Ich bin bereit. Fluchliber. Yay! Wee! Mit drüben. Okay, was machen wir jetzt bei dir? Jetzt musst du das anmachen. Das Teil. Ach so. Das da. Ja. Hey, jetzt macht das Sonne auf. Ach so, dann muss ich das jetzt machen. Ach so, dann muss ich das jetzt machen. Item! Item! Ach da seid ihr. Wieder da. Ganz als wäre nichts geschehen. Hierher. Item. Vor allem wie die Fenster danach immer noch aufgehen, wenn sie zusammen gebaut werden. Echt nicht, die Wahrheit, du. Ist voll schlimm. Ist echt so. Äh, sind schon wieder 17 Minuten. Sollen wir... Schluss können wir eigentlich machen. Ich meine, das ist ja krassend. Okay. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest. Hallo? Immer. Oha. Oha. Nein, das ist gar nicht, ey. Du lief ein Vorrang das Beispiel ab. Okay. Also bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann wieder. Und bis dahin. Schön mit Öl. Ja, dann machen wir Klaus fertig. Und die dernier. Untertitelung des ZDF, 2020